Entschuldigung, die Verspätung, aber ich habe ihm gesagt, dass die Reichsbahn auch im Krieg immer pünktlich ist. Das Wetter wird schlecht und wir müssen nur das Heuern bringen. Meine Mekontesse. François Beauvais. Sie haben sonst kein Gepäck, Frau Gräfin? Nein, Furz. Ich habe sonst nichts. Kommen Sie. Danke, Sie. Leider kein Auto. Eigentlich mehr genug Benzin. Danke, ich kann es. Hey! Die Männer arbeiten hart, haben Hunger. Sie brauchen mehr Essen. Ich habe Ihnen mehrfach gesagt, François, der Verpflegung ist ausreichend bemessen. Wir brauchen mehr Essen. Alle werden ihm gut verköstigt und können im Speicher übernachten. Fritz, du besorgst Säcken und machen. Das Holz ist faul. Besser Gummiheider. Wenn die Russen kommen, sind alle tot. Vor allem Russen tot, weil Sie denken, wir Verräter. Verstehen? Kein Russe kommt hierher. Weil nämlich der Krieg vorher in Berlin zu Ende sein wird. Wenn der Krieg verloren wird, haben Sie keine Angst. Gute Nacht. Nach Essen. Hast du dir gesagt, die ganze Wahrheit, oder? Auch das mit den scheiß Betten? Schluss jetzt. Keine Diskussion. Schon gar nicht mit ihr. Es gibt von diesen Aristokraten keine Solidarität zu erwarten. Nein, also tut geht.